Es in der Logistik allen recht zu machen, ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Mit diesem Anspruch haben wir 2010 in Pfullendorf unsere zentrale Logistik in Betrieb genommen. Denn eine zentrale Logistik ist gut für unsere Kunden, für die Umwelt, für unsere Mitarbeiter und damit auch für Geberit. Ökonomisch und ökologisch perfekt gelegen, haben wir das Logistikzentrum 2017 maßgeblich erweitert, ein neues Konzept für die Lagerung des Langguts geschaffen und die grundsätzliche Kapazität ausgebaut. Genügend Lagerkapazität und ein flexibles Logistiksystem machen es uns möglich, auch weiterhin auf individuelle Kundenwünsche und Auftragsschwankungen jederzeit reagieren zu können. Für unsere Kunden bedeutet das auch in Zukunft, dass wir absolut sicher, pünktlich und zuverlässig liefern. Egal ob Sanitär- oder Rohrleitungssysteme, was sie heute bei uns bestellen, steht morgen auf der Palette fertig zum Versand. Unsere Teams profitieren von hocheffizienten Arbeitsprozessen und der durchdachten Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Sprachgesteuerte Arbeitsabläufe, ergonomische Arbeitsunterstützung und Weiterbildungsangebote machen die Arbeit im Logistikzentrum interessant und anspruchsvoll. Eine zentrale Logistik ermöglicht uns aber auch eine optimale Auslastung der LKWs unserer Speditionspartner. Das verringert die gefahrenen Kilometer und ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gut für die Umwelt. All das macht unser Logistikzentrum zukunftssicher und garantiert unseren Kunden einen zuverlässigen Lieferservice. Also, wenn man es richtig macht, dann ist es gar nicht so schwer, es allen recht zu machen. Das Geberit Logistikzentrum in Fullendorf.